Du schläfst doch nicht länger. Es ist schon ein langweiliger Flug, aber ich bin noch wach. Komm, wir sorgen ein bisschen für Abwechslung. Folg mir durch diesen Canyon. Araya, ich habe da was auf meinem Display. Verdammt! Eine Rakete! Nichts wie raus hier. Das war knapp. Ich würde nur zu gerne wissen, wer uns angegriffen hat. Diese Gegend ist als absolut sicher eingestuft. Wir müssen so schnell wie möglich Kontakt mit der Heimatbasis aufnehmen und berichten. Macht euch auf einen langen Marsch gefasst. Ich übernehme die Führung. Okay. In Ordnung. Da sind sie. Halt! Schaut euch das mal an. Hier liegen viele vertrocknete Wurzeln herum. Die auf dem Mars heimische Sandspinne hält sich gern in solchen Gegenden auf. Haltet eure Waffen bereit. Bin in meinem Element. Ja. Ja. Genau richtig. Ja. 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 okay ich komme die haben keine chance okay feind in der nähe ich bin unterwegs niemand kann uns aufhalten gut warte irgendwas stimmt hier nicht bleib wo du bist ich überprüfe das mal nicht lebst du noch sagt doch was brennt wie feuer also lebe ich wohl Schneiße. Irgendwas kommt näher. Hey, hallo. Bravo Squad meldet sich zur Stelle. Seid ihr Mädels okay? Ihr könntet nicht willkommener sein. Ich bin wirklich froh, euch hier zu sehen. Basis Selene an Araya. Schön zu hören, dass alles gut gegangen ist. Starke Frauen mit ihren Fähigkeiten werden immer gebraucht. Das kann ich mir vorstellen. Ich sehe schon, was hier los ist. Wir sind Wissenschaftler, keine Krieger. In solchen Fragen sind wir einfach ratlos. Dann geben Sie mir einen kurzen Überblick. Unser Radar hat eine Reihe von Landungsschiffen in unserem Aktionsradius ausgemacht. Alle tragen die Kennung der UCS. Aber es ist schon Jahre her, dass irgendjemand ein UCS-Schiff hier gesehen hat. Finden Sie heraus, was es damit auf sich hat. Unsere SATCAM wird Sie bald unterstützen. Verstanden. Ja. In Ordnung. Nun. Ich komme. Ja. Ich höre. Jepp. Bin bereit. Ja. Bin fast schon dort. Ja. Bin unterwegs. Jawohl. Ja, gut. Nähere mich Zielort. Ja, gut. Ja. 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 Jo. Bin fast schon dort. Dort, Feinde. Bin unterwegs. Ja, gut. Feindliche Einheit. Getroffen. Ich bin getroffen. Nichts lieber als das. Jawohl. Mit Vergnügen. Unterwegs. Bin fast schon dort. Jawohl. Ja. Nachricht an Commander Araya. Unsere SAT-CAM hat schon wieder den Abwurf von UCS-Maschinen in der Nähe ihrer aktuellen Position ausgemacht. Halten Sie die Stellung und tun Sie erstmal nichts. Wir senden eine Hacker-Einheit. Sie soll diese Maschinen übernehmen, bevor sie aktiviert werden. Verstanden. Wir warten auf die Hacker-Einheit. Ich bin mit dem Künstler. Wir halten zu ver. Wir werden hier ein wenig Zeit. Wir werden die Hacker-Einheit mit den Hacker-Einheit. Ich höre getroffen. Und wir werden die Hacker-Einheit. ich bin jetzt an ort und stelle sie sind immer noch inaktiv stelle verbindung her log in erfolgreich jetzt hätte ich mich ein hier habe ich es geschafft nun den rest einsatz bereit unsere basis wird angegriffen die angreifer stören unsere langstreckenübertragung wir können keine verstärkung anfordern halte durch ich bin schon unterwegs das wird nichts nutzen ihr angriff ist viel zu mächtig sie werden nicht rechtzeitig hier sein können wie kann ich euch denn sonst helfen sie sind der einzige höherrangige offizier den ich erreichen kann ich werde einige äußerst wichtige daten übertragen bringen sie diese zur basis oktan ok einverstanden schicken sie die daten übertragung abgeschlossen ich wünsche ihnen glück sie werden es brauchen bereit einheit auf dem weg ich bin schon unterwegs feindliche einheiten geordert jawohl nähere mich zielort bereit hier spricht die johann captain raya bitte antworten sie hier captain raya dies ist eine frequenz die nur vom militär verwendet wird wie kommt es dass sie sich da ein klicken ich kann noch mehr als das dessen können sie versichert sein leider habe ich eine gewissen daten übertragung an ihre adresse verpasst sie wissen sicher dass ich spreche ich möchte sie bitten mir diese zukommen zu lassen völlig verrückt sein es handelt sich um geheime daten er würde ich sie zerstören als sie weiter zu geben es liegt mir fern an ihrer integrität zu zweifeln jedoch kennen sie nicht die tragweite ihrer entscheidung warum sinnlos leben vernichten und noch wichtigere daten zerstören haben sie sich die informationen angesehen die daten sind als geheim eingestellt ihr pflichtbewusstsein in allen ehren aber dann werde ich sie aufklären die daten stammen von einer raumsonde sie enthalten eindeutige hinweise auf die existenz eines der erde erstaunlich ähnlichen planeten das kann nicht sein doch es ist so und wenn wir die koordinaten dieses planeten kennen dann sind wir in der lage uns dort niederzulassen wenn das stimmt dann wird der rat alles nötige zur übersiedlung einleiten so naiv können sie doch nicht sein captain der raya der rat weiß schon lange darüber bescheid aber leider hat bisher noch kein mitglied des rates das bedürfnis verspürt die frohe botschaft bekannt zu machen dafür gibt es nur einen grund sie wollen diese welt mit anderen teilen ihre lügen werden ihnen nichts nützen von mir bekommen sie die daten nicht das liegt freilich in ihrer entscheidung ich habe mich bemüht ihnen die augen zu öffnen aber eines sollte ihnen klar sein ich werde leider alles versuchen müssen an die daten heranzukommen ihre chancen gegen meine roboter sind nicht allzu rosig das wird sich ich höre auf dem weg ja ich höre ja einsatz bereit ja okay feind in reichweite roger angriff was soll ich tun verdammt treffer mit ja 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 ich bin verwundet ja gut melde mich zum einsatz ja getroffen ich bin getroffen ich höre so muss ich eine zielscheibe füllen Okay. Ja gut. Okay. Ja, ich höre. Ja. Schon unterwegs. Verstanden. Ja, klar. Auf dem Weg. Gut. Ich beeile mich. Ja, klar. Zu Befehl. Verstanden. Jawohl. 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 verstanden einheit verloren feindliche einheiten getreten jawohl jawohl packer bereit gut Einheit verloren. Ja. Jawohl. Feinde! Ich beeile mich. Wird unverzüglich ausgeführt. Ja. Unsere Gegner. Okay. Einheit verloren. Verstanden. Melde Feinde. Wird unverzüglich ausgeführt. Jawohl. Ich bin unter Beschuss. Treffe auf Feinde. Wird unverzüglich ausgeführt. Wird einheit verloren. Wird unverzüglich ausgeführt. Wird unverzüglich aussyst. Wird unverzüglich ausgeführt. Wird unverzüglich ausprobiert. Wird unverzüglich ausiew Eden. Wird unverz suit. Wird unverzüglich ausüben Wind. Wird unverzüglich auswedenward. Wird unverzüglich ausw знает 따뜃신. Wird unverzüglich aus Secretary. Wird unverzüglich aus ÓbST. Wird ró radiation영and ermöglicht aus dem her eye stärker exerc입 kit. Ich bin bereit. Roger. Feinde. Jawohl. Ich beeile mich. Ich bin schon unterwegs. Schon unterwegs. Gut. Melde Feinde. Ja. Einheit verloren. Ich höre. Verstanden. Ja. Sicher. Mit Vergnügen. Bin unterwegs. Sicher. Ja, hier. Ja. 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 Bereit. Wird ausgeführt. Okay. Wird ausgeführt. Ja. Hacker bereit. Starker Beschuss. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Bereit. Einheit verloren. Bereit. Angriff läuft. Ja. Zielannäherung. Was soll ich tun? Unsere Gegner. Join. Nein. Ja. Ja. Treffe auf Feinde. Was sieht an? Einheit verloren. Okay. Wird gemacht. Okay, bin bereit. Okay. 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 Superfair Wird gemacht Ja Wie lautet die Anweisung? Ja, ich höre Stehe zur Verfügung Was liegt an? Was soll ich tun? Ja Was liegt an? Ich beeile mich Bin schon unterwegs Ja Ja Ähm Na gut Aber versteck sie gut, die Kopie. Auf dem Weg. Ich wäre das Gefühl nicht los, dass diese Infos noch wichtig werden können. Zu Befehl. Was soll ich tun? Werd gemacht. Melde Feinde. Gut. Wird ausgeführt. Feindliche Einheiten. Ich höre. Einheit verloren. Ja. Ich habe die Daten kopiert und gleich die Codierung entschlüsselt. Ja, und reingeschaut habe ich auch ganz kurz. Das solltest du nicht. Sie sind als geheim eingestuft. Weiß ich doch. Aber da waren die Informationen der Raumsonde drin. Es geht um einen Planeten, der so ähnlich ist wie die Erde. Stell dir vor. Das war es bestimmt, was die Angreifer gesucht haben. Meinst du nicht auch? Ja, da könntest du recht haben, aber wir müssen warten. Im Moment können wir damit noch nichts anfangen. Gib mir das Original und versteck die Kopie an einem sicheren Ort. Ja, das ist ja, aber wir müssen uns auf den Weg geben. Ich bin auf der Hand. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Es geht um die Rundfunk. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Das war's für heute. 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 Gar nicht. Das war's für heute. Bereit. Roger. Was liegt an? Hacker bereit. Verstanden. Melde Feinde. Ja. Bin bereit. Zu Befehl. Verstanden. Ja. Ja, klar. Gut. Ich höre. Was soll ich tun? Ja. Ja. Ich mach schon. Ich bin unterwegs. Ich komme. Okay. Ich komme. Ich komme. Ja. Ja. Was soll ich tun? Ja, klar. Ja. Schon unterwegs. Ja, klar. Auf dem Weg. Ja. Unsere Gegner. Schon unterwegs. Wird ausgeführt. Nähere mich Zielort. Gegner gesichtet. Registriere Einschlag. Alle Funktionen berührt. Einheit verloren. Bereit. Meldetreffer. Angriff. Ja. Feuer. Wie war es das? Ist nur ein Gratze. Weg angetreten. Einheit verloren. Ich wurde getroffen. Gegner! Ich krieg hier ne Abreitung. Wie sind die Pläne? Ja. Bereit! Ich höre. Hacker bereit. Ich höre. Ich bin unterliegt. Ja. In Orten. Ja. Ja, klar. Gut. Auf dem Weg. Verstaibe. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Einheit verloren. Ja, ich höre. 啥. Inhalt. Okay. Wie the flow. Ja, ich höre. Okay. Ja. Meldung nicht zum Antwort. Bin bereit. Gut. Bin schon unterwegs. Verstanden. Gut. Anweisung erwartet. Ja, hier. Bin fast schon dort. Ich mach schon. Nun? blin hier dorthin gut ja ich bin unterwegs Ja. 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 System bereit? Ja. Ja. Was soll ich tun? Stehe zur Verfügung. Jawohl. Hier, Basis Oktan. Weisen Sie sich aus. Captain Araya hier. Wir kommen von der Basis Selene, welche von unbekannten Angreifern zerstört wurde. Diese Angreifer verfolgen uns jetzt. Uns liegen keine Informationen über die Zerstörung der Basis Selene vor. Deren Kommunikation nach außen wurde unterbrochen. Wir benötigen Unterstützung zur Abwehr der Verfolger. Die könnt ihr bekommen. Verfügen Sie über unsere Verteidigungssysteme. Und viel Glück. Danke. Gebäude wurde fertiggestellt. Feindliche Einheiten. Meldetreffer. Laserzaun fertiggestellt. Bereit. Roger. Ja. Laserzaun wird angegriffen. Mick. Bereit. Gegner. Gebet. Gebet. caught up. NIEK. troops care runter. Frage hebt. Gehe zu Zielkoordinaten. Anweisung erwartet. Gebäude fertiggestellt. Einheit fertiggestellt. Ihr Gebäude wird angegriffen. Gebäude wurde fertiggestellt. Gebäude wird angegriffen. Die Forschung ist abgeschlossen. Gebäude zerstört. Ich bin verletzt. Nun? Ja? Bin unterwegs. Jo. Wie lautet die Anweisung? Bereit. 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 Kommande. Laserzahn unter Beschuss. Ich melde mich zum Einsatz. Bereit. Forschung abgeschlossen. Registriere Einschuss. Angriff. Angriff. Gebäude wurde fertiggestellt. Angriff Modus. Zielkoordinaten bestätigt. Hier Basis Oktan. Unsere Sensoren zeigen keine Feinde mehr an. Meinen Glückwunsch. Ihr habt denen ganz schön zugesetzt. Ach, halb so wild. Diese ollen Dosenöffner sind eben doch nicht die hellsten. Kapitän. Wir machen uns Sorgen um ein paar wertvolle Informationen, die auf der Basis Selene gespeichert waren. Man hat mir Daten übermittelt kurz vor der Zerstörung der Basis. Haben Sie Einblick in die Daten genommen? Nein. Die Daten sind verschlüsselt und als geheim eingestuft. Ich habe nicht die Befugnis von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen. Richtig, Kapitän. Und so wollen wir es auch weiterhin halten. Kapitän Araya, es liegen neue Befehle für Sie vor. Ich höre. Es geht um Professor O'Rourke. Er arbeitet zurzeit auf der Basis Venera. Und er hat allerdings inoffiziell darum gebeten, dass Sie dort hingehen. Inoffiziell? Ja. Er hat offenbar Schwierigkeiten gehabt, uns auf dem Dienstweg zu kontaktieren. Er ist dort der Assistent von Professor van Troff. Irgendein streng geheimes Forschungsprojekt. Wir befürchten, dass irgendetwas faul ist auf Venera. Sie sollen herausfinden, was da los ist. Sie arbeiten mit höchster Befugnis in dieser Sache. Verstanden. Bin schon unterwegs.